Moin, meine lieben Freunde und herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge von GTA und mein Freund, aber heute mal ein bisschen mit Fails, weil das Problem ist halt, ich steige gerade um und habe mir jetzt einen PS4-Controller angeschafft und halt, wie ihr kennt das sicherlich, spielt auf der Tastatur und dann plötzlich steigt die dann um und wird es jetzt mal mit klarkommen. Ja, vor allem neues Aufkriemen bekommen, neue Equipments, schön, dass ihr da seid, Freunde, ich war lange nicht mehr online, ja, viel zu tun gehört, aber gut, Freunde, heute geht es einfach mal wieder um GTA Online, ja, ich habe mich lange gebraucht, mich auf die Sacken zu machen, ich bin schon der Sparfehler, und mal einige Leute hier mal den Tag zu vermiesen. So, das war schon mal der Erste, aber ihr werdet euch sehen, Freunde, wenn ich jetzt wegfliege, dann schreibt er gleich Idiot, nämlich, und das Ganze ist ja nur PvP, also PvP, also Idiot, da, ihr seht, Idiot, selber Idiot, der soll auf jeden Fall noch abgestraft werden, den gebe ich doch richtig, denke ich an, aber es würde es halt, Freunde, die scheißverfügt, wo wir jetzt sind. Na ja, in diesem Sinne, ich laber nicht lange, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Testvideo hier, und ich hoffe, es gefällt euch, auch von der Qualität und so her, also, viel Spaß, und bis dann wieder mit Kommentar vollständig, ciao, Freunde, euer Dennis. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020